hallo nes freunde ich zocke alle nes games dieser welt und momentan suche ich gerade das beste formel 1 spiel und jetzt spiele ich formular one bald to win ja beim letzten mal habe ich ja formel 1 sensation gespielt und das war wirklich eine sensation mal schauen ob das hier vielleicht noch besser ist ich kann es mir zwar nur schwer vorstellen aber schauen wir mal das war dann die kuppe ein formel einspielen was ist los mini kuppe aha wieso sie angezeigt ich dachte es ist vom land hier okay normal nur mal so namen eingeben das ist natürlich der gute alte europe 60 vor ich habe mich hier ja ja okay wo fahren wir an habe los in detroit was soll ich hier tun office car jack save game aha das ist ein bisschen rollenspülen zeugte war speed shop hier kann sich ein bisschen noch verbessern die karre ok was hat das jetzt mit formel 1 zu tun check ich jetzt eigentlich gern losfahren wie starte ich das spiel im office nichts da speichern speichern check mal ist das k auto doch der englisch ja super will ich alles genauso haben ist ich möchte einfach nur erfahren ich drücke starte ich drücke A ich drücke B ich schaue nach denver ins office aha das möchte ich machen ja ich habe keine lizenz dafür ok lesen sollte man können habe ich da eine lizenz vielleicht ach das ist billig das kostet fast nix viel spaß nur music go was war ich denn damit für's film ist nix formel 1 da nix formel 1 ok ok ich bin das rote auto sehr gut muss ich schalten oder irgendwas machen ich habe extra gas nachbrenner ok lachgaseinspritzung fachende führers lässt grüßen so da noch kasseinspritzung so da so geht's verbrensen vielleicht kraftvergieß ok so ist jetzt keine sensation ah ja ah ja wir sind das im käfer überholt ich da erkennt sogar ein bisschen die autos nicht so schlecht das ganze also da komm schon bisschen extra gas hier jetzt habe ich unendlich in diesen extra gas ich weiß es nicht aber da kostet extra gas einfach mehr tank also ich gebe einfach extra gas solange ich hab was soll's zumindest auf der geraden ich glaube mein auto kann nicht hin werden oder ich glaube irgendwie 1 2 3 stehen auf der rechten seite ich weiß nicht genau was das bedeutet für mich wie im ziel landet als achter und letzter hm ähm ja sorry hübsche mädchen sagt mir auch sorry schön ok ich versuch's nochmal music one wenn wir was hören hier geht immer mehr extra gas eindeutig mehr extra gas geben man schon die vielleicht danken müssen vorher ja hört's fast so aus ich angeht schon gas ui ja ich hab geschossen da kann ich eigentlich nicht mehr letzter werden wenn ich da jetzt wirklich rausgeklickt habe kann ich doch eigentlich nicht mehr letzter werden oh sehe ich das falsch b mittel bremsen jetzt überholt mich der wahnsinnig wieder naja ich auf jeden fall formel 1 sensation kann ich auf jeden fall nicht schlagen diese brauchen ganz andere genre es hat irgendwie mehr management drinnen wobei vor allem das formel 1 inzwischen hatte auch jede menge management dabei kann man also so schwer sagen und es sind verschiedene autos es ist hier nicht nur formel 1 anscheinend muss ich sozusagen noch in die formel 1 klasse hier hoch arbeiten dann gibt das mit dem mini oder was auch immer das ist der kann wieso lässt du mich nicht überholen du blödes grünes auto jetzt hat mich gedreht sogar übelst übelst wird mir hier mitgespielt sondern dass man hier nicht er lässt mich einfach nicht überholen diese schweinehund da ist ja der grüne da ah der killt mich komplett so kill mich die alle her ziele natürlich nichts das war wohl nichts der letzte ja 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 ich hab trotzdem geld gekriegt kein mensch weiß wieso ok das auto aufpimpeln wie lange spiel ich denn schon sieben minuten sehe ich da ok ok also kann ich das jetzt nicht brauche ich irgendwie nitro komme ich nicht runter zum nitro wie kann ich das ding jetzt wieder verbessern ein bisschen besserer motor wäre eigentlich ok ok ja kann ich das irgendwie verbessern schaut nichts aus irgendwo gibt es auch nix was kann ich denn hier machen irgendwie muss ich das erst noch freischalten das wie kann ich denn dieses auto wieder aufdanken kurz abspeichern vielleicht diese strecke da viel glück musik nummer 3 ich habe kein nitro mehr was soll ich denn das ohne nitro schaffen so letzte runde für mich bis nitro ist noch da was haben wir jetzt raus so ich muss auf jeden fall überholen mehr aufpassen nimmst du krach ich da rein nennen rein so da wo ist da einer wo ist da einer wo ist da einer mit so da gibt gas gibt gas ich sehe ich nie wieder den anderen da ist der grüne wieder da recht antäuschend dann links überholen hat funktioniert erstaunlich oder links antäuschen da er lässt mich vorbei sehr gut was mich richtig richtig schnell entfahrt hier aber sehr ewige gerade hier da hat mich vorbeilassen erstaunlich immer mit streifen immer schön schnell immer schön den mittelstreifen waren jetzt mich fast ja 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 gerade rechtlich vom gas untergang ist sich ausgegangen sota was mich dabei ausgedrückt von jack x da so ein nidro jetzt kann ich nicht letztes so gut gefahren trotzdem wird der jammer wirklich ein jammer ja da hilft die hübsche das hübsche mädchen auch nicht weiter ja gut kann spielen muss man aber nicht ich weiß nicht mehr hat jetzt nicht zu gefallen aber es war damals sicher voll okay hätte ich jetzt nicht vorher formel waren sensation gespielt das wirklich gut war für ein nsg dann will ich auch das wahrscheinlich nicht ganz so schlimm schlecht finden ja ich lass das mal kann man sich anschauen wenn sowas gefällt aber ansonsten naja ich weiß nicht zurecht gibt's gibst du was besseres danke fürs zuschauen das war die ich glaube die letzte formel 1 action nächstes mal gibt es was anderes da drüben könnt ihr euch das anschauen was ich schon als gespielt habe da unten draufklicken auf dem button zum abonnieren und daumen hoch natürlich auch fein und kommentare freue ich mich auch was ist euer lieblings formel 1 spiel am ende es